Musik Als zweites nominieren wir die Jugendkantorei Überlinge. In wenigen Tagen wären wir in Überlingen bei euch gewesen, bei Purikatoris-Kreffen, das ihr so wunderbar vorbereitet habt. Ihr seid bestimmt noch viel trauriger als wir, dass dieses Kreffen abgesagt worden ist. Wow! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Viel Spaß für euch!